Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tipps in der Trimble Nova und heute soll es um den Referenzdialog gehen. Ich öffne mir mal eine Zeichnung und typischerweise fügen wir uns dann über diesen Referenzdialog, den ich hier im Kontextmenü finde, Zeichnungen aus meinem Projekt hinzu. Und wenn ich das mache, dann ist es standardmäßig so eingestellt, dass ich zum einen die Gebäudestruktur angeboten bekomme und zum anderen ist hier alles aufgeklappt. Und wenn ich in die Ordnerstruktur wechsle, die mir vielleicht je nach Projekt angenehmer ist, dann ist auch die komplett aufgeklappt. Und bei großen Projekten fange ich dann an, hier die entsprechenden Ordner zuzuklappen. Das ist natürlich lästig. Das kann man sich in der Nova einstellen und zwar unter Extras-Optionen haben Sie die Wahlmöglichkeit zu entscheiden, was in diesem Dialog passieren soll. Ich kann die Referenzen als Gebäudestruktur anzeigen lassen und wenn ich das abschalte, werden die direkt als Ordnerstruktur angezeigt und ich kann die Referenzen öffnen lassen oder nicht. Und ich schalte mir jetzt mal beides aus, schließe den Extras-Dialog und gehe wieder in die Referenzen und auch hier greife ich jetzt wieder zu auf mein Projekt und jetzt sehe ich hier, ich bin auf der Ordnerstruktur und die ist zugeklappt und ich kann die jetzt ganz selektiv so aufklappen, wie ich das benötige. Ja, kleiner Tipp, der aber so in der täglichen Arbeit doch etwas die Nerven schont und die Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für mehr Informationen zu unseren Produkten oder um eine Präsentation zu organisieren, besuchen Sie uns auf mep.trimpel.com oder finden Sie den am besten für Sie passenden Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.